Aber der Matze wünscht sich viel, wenn er da lang ist. Haare zum Beispiel. Der Zug ist auch abgefahren. Ich hatte mal jemanden, mit dem ich auch gezockt habe. Der meinte, er war in der Türkei. Hat sich dort Haare drauf machen lassen. Also nehmen die dir irgendwie von hinten raus und pflanzen sie oben ein. Ich meine, das war auch vom Preis her recht gängig. Aber das Theater, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da müssen wir einen sauren Apfel beißen. Ja, wie Dr. Teufel vorhin geschrieben hat, ist ihm auch egal, was er jetzt erwartet halt noch. Naja, dafür wird es ja auch nicht besser, weil dann habt ihr ja wirklich nur noch Panzer in der Lobby. Und dann, so, jetzt wird es was, einer wird es doch noch schaffen, sich für irgendeinen zu entscheiden oder was? Oh, ist er total verarmt. Gentleman, das habe ich auch noch nie gehört. Gentleman. Finde ich aber auch geil mit diesem Typen, wenn er immer so rumkrakelt. Mach den Fude auf. Ich habe ihm das Zeug schon in die Adern gejagt. Rollenspielen. Ja, ich spiele eigentlich gerne Rollenspiele, aber... Witcher hat mich nicht gepackt. Muss ich mal sagen. Muss ich sagen. Oh, wieder das Single-Fire. Alter. Na gut, dass der direkt weg läuft. Jetzt könnte es einen kleinen Team-Kill kriegen. Nimm es in Rot. Okay. Ah ne. Wo sind meine Bandagen? Stoppen. Stopp, Blutung, Blutung stoppen, stoppen. Bitte jetzt. Knochenbruch habe ich auch. Stoppen. Capture the objective. Scheiße, ich kann nicht. Ich habe mir die Knochen gebrochen. Clean-Up-Crew kommt. Nein. Die Clean-Up-Crew kann mich am Arsch lecken. Ich lege sie alle um. Clean-Up-Crew am Arsch. Hängt der Hammer, Junge. Euch mache ich weg. Ich habe auch noch nicht erlebt. Clean-Up-Crew, Alter. Sieht man die? Oder ist das wie mit einem Sniper? Kriegst einfach eine kassiert. Clean-Up-Crew. Alter, das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Scheiße. Ich war gerade dabei, mir die Knochen zu flicken. Wie soll ich denn da das Ding einnehmen? Oh, drei Kills. Ja. Wir hätten es gewonnen, Mann. Scheiße. Was willst du denn machen, Alter? Clean-Up-Crew. Da hast du keine Chance. Thomas, grüß dich raus. Thomas, grüß dich. Ich wurde von der Clean-Up-Crew dahin gemetzelt. Das waren regelrechte Meuchelmörder. Okay, wir sind rot. Jetzt sehe ich es. Warte, wir stehen ja nicht so blöd im Weg rum. Ich habe halt keinen Kopfhörer. Treppenrunde ist kacke, Mann. Will ich nicht. Da unten ist einer zusammengebrochen. Erbarmungslos. Einer von uns. Ich bin einer von uns. Mann. Okay, wir haben gewonnen. Geil. Schönes Ding. Und ich bin noch am Leben. Ich bin noch am Leben geblieben. Junge, Junge, Junge. Geile Sache, geile Sache. Ich zittere sogar etwas. Vor Aufregung, vor Erregung. Siehste, es gibt dann halt auch mal wieder eine gute Runde. Weißt du, wo nicht hier übermächtige Panzer übers Feld rollen. Sondern halt ganz normale Leute. So wie du und ich. Full Auto, ja. Alter, mit seiner scheiß AK. Aber ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut so. Movement kannst du hier üben. Ist ja der gleiche Quatsch wie in EFDs normal. So ein bisschen pushen und so. Also ich glaube Schaden ganz nicht. Sollte jeder mal. Hier reinriechen. Und was für das richtige Schlachtfeld mitnehmen. Da spielst du auch mal Waffen und Gier, was du so nie spielen würdest eventuell. Ja, und. Da lag ein Afak oder sowas. Ne. Ist das Afak? EFak? EFak glaube ich. Ja, die Kohle kommt rein gleich. Wir haben gewonnen wieder mal. Eine Runde. Was? Steht erst mal 2 zu 1. Wollen wir ihn doch nicht zu früh jubilieren. I am John Apruzzi, Junge. Ich bin nicht zu früh jubilieren. Nein! Sorry. Ach, Mann! Ich hab ihn liegen sehen, ich musste bloß noch schnell das Mech wechseln. Ah, Schrotflinaler ist auch hammergeil, das Ding. Rasiert auch ordentlich. Hier, mach den weg, mach den weg! Verloren! Verloren! Ich seh mein Geld schon wieder in diesem Bachwunder schwimmen. Oh, mach auf! 5, 4, 3, 2, 1... Ach da, einer funkt, Junge! Aber ich bin im Funk noch, ich kann ja nicht mit den Leuten reden. Kann ich das auch belegen? 6... Ja, geht auch. Alles wunderbar, man kann die Tasten so belegen, wie man es möchte. Der sah blau aus, weißt du... Da denkst du auch wieder... Oh, ein blauer! Und dann... Oh, rote Armbänder. Ich hab da gerade noch mal so die Kurve gekriegt. Oh... Oh... Uh... Naja, ich war eh halbtot. So, Leute. Der mit der Schrotflinde muss weg. Der muss weg. Thomas, guck mal weiter, ja. Ist uninteressant bei mir, glaube ich. Warum macht er das, Alter? Ich verstehe das nicht, Alter. Was soll denn das? Warum muss man sowas machen? Ach, Mann. Scheiße. Mit der Schrotflinde, Alter. Über die ganze Map. Nein, mach die doch nur tot. Ich hätte mich... Ah, hat ja das Skop noch, okay. Nicht schlecht. Dieser blöde Schrotflindenknirch, Alter. Crazy Lamar. Mein härtester Booting-Konkurrent. Knallen die sich schon wieder gegenseitig die Rübe weg, Alter. Was ist denn da los immer mit den Jungs? Boom. Ich hab ich, Alter. Nicht schlecht. No. Deine. Ja. Ja. Ich hab ich, Alter. All rights. Das ist eine große Rolle. Aus SPO. Doch Mann! Wieso fällt er denn auch einfach nicht um? Ich verstehe das nicht, Junge. Das kann doch nicht sein. Guck ihn an. Er hat nur noch einen Schlüpfer, Alter. Er besteht nur noch aus Unterhose, Alter. Ich kann es nicht fassen, als er nicht umfällt. Das gibt es doch nicht. Drehungbomben, grüß dich. Endlich Arena, ja. Ich habe es zwar schon seit Mittwochabend, 18 Uhr. So um die Dreh. Ich war gerade bei Outsider im Stream. Ein bisschen gelabert. Und dann sehe ich so, im Augenwinkel blinkt was auf meinem Handy. Kam die E-Mail rein, dass ich es endlich habe. Ich war schon richtig am Kotzen. Ich habe schon richtig gekotzt. Ich habe auch meine Jungs in der Taghofgruppe bei WhatsApp total genervt. Ach ja. Deswegen will ich jetzt auch hier nicht meckern. Weißt du, selbst wenn ich ihn aufs Maul kriege, ist es halt so. Mir macht es Spaß. Es ist wieder Lamar, Alter. Mit seiner Schrotflinte. Er will einfach nicht verrecken, Alter. Nee, doch nicht. Oder hat er so eine andere Waffe aufgehoben? Er besteht nur noch aus Unterhose. Alles andere ist schon schwarz entdeckt. Doch, er ist es. Da ist der mit dem Helm, Alter. Scheiße, die nehmen das. Die Caption. Hier, rechts. Da liegt er. Ja. Ich fiebere. Ich fiege da oben auf der Tragse. Mann, schade. Arme Schwein. Er hat so gekämpft. Ich werde er nur aufs Gesicht bekommen. Ja, auch nicht schlimm. Hauptsache, du hast Spaß. Wir müssen viel mehr zu Spaß zurück. Es ist in einem anderen Tarkov, habe ich auch schon. Ich finde es geil hier. Kann ich auch mal dummes Zeug labern. Im anderen Tarkov ist bisher dort doch mehr ernst und angespannt oder was. Keine Ahnung. Es wird hier nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich höre doch nichts. Biss auf Leute, die campen in der Ecke irgendwo. Nee. Okay. Er hat sich. Er hat sich gerade bewegt. Gut. Nicht so schlimm, wie der, den wir vorhin hatten. Das ist ja meine Schuld. Was störe mich auch vor, wie ein Geistesgestörter. Oh nein. Er hätte sich Zeit lassen sollen. Für mich ist alles nur ein Spiel. Ja. Und gerade hier geht es auch nicht. Du musst keinen Loot sammeln. Ein bisschen Kohle musst du schon ranschäffeln. Das ist halt das Ding, was ich... Was mir auch... vielleicht Sorgen bereiten würde, wenn hier die Kohle alles... Was dann? Dann kannst du nur noch den freien Scaff spielen, sag ich mal. Den mit der Pistole. Und dann hier gegen irgendwelche Panzer... Zuspaß. Ich glaube, da kannst du nur hoffen, dass deine Mates immer mal noch Kills machen und die Runde holen. Du kannst einfach nur mit dabei sein. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich noch Kohle. Ich war schon auf 670.000 runter. Und dann ging es wieder hoch, über eine Million. Jetzt geht es mal wieder ein bisschen runter. Weil die Runde verlieren wir wahrscheinlich auch. Wir müssen die Capture, Flag, Capturen. Ach, hol sie dir. Hol sie dir, Tiger. 10 Sekunden. Scheiße. Da oben. Da oben. 6 Sekunden. 5 Sekunden. Du kannst es schaffen. Da hast du... Ja! Ja! Das zählt nicht mehr. Das ist egal. Der Tod ist egal. Das zählt nicht mehr. Geil. Ja, haben sie heute erhöht. Ah, okay. Dr. Teufel, schon wieder zurück vom Einkauf. Willkommen zurück. Haben sie heute erhöht. Okay. Ah. Was macht ihr hier schon wieder, Alter? Wieso sind wir eigentlich... Wieso sind wir... Und haben sie schon wieder einen totgeschossen? Was ist denn das? Was ist denn das? Warum schießen sie sich hier immer gegenseitig tot? Oh. Oh, auch nicht schlecht. Oh, ich dachte schon, ich habe einen Meter erschossen. Jetzt ruck... Ruck jetzt und leck jetzt. das ist machen. Oh, ichidade. Oh. Oh, oh. Oh, ich hab's da. Ich brauchst keine Medizin mehr. Heilung. Gut, wir haben die Runde gewonnen, nice, schönes Ding, 10 Kills hab ich gemacht, geil, siebenmal verreckt, jetzt kommt Kohle rein, Leute, ich bin gespannt, mein meistens waren mal 125.000 und jetzt, jetzt kommt was, 150, 118, Alter, warum das denn, sie enttäuschen auf ganzer Linie.